Tüchten ist Oberliga, Frankentorby im November 2015 in Winsbach. Tomasz Windaj, rotes Trikot für die Winsbacher. Im Gewebe der Linkssender Kienen-Höckmann für Dirk Kasparter aus Nürnberg. Und die 20. das können mittlerweile sein. Die jüngste Spieler in seinem Team damit. 7 zu 3, die komfortable Führung der Winsbacher, angetreten mit Petra Schaibot an 1, Martin Windaj 2, Tomasz Windaj 3, Osta Dino 4, Olaf Wittmann 5 und Andreas Dauberstein die Nummer 6. So, wir verkünden den Witz des Jahrhunderts. Andreas Staudacher ist vor Roland Wittmann. Ohne Witz. Wenn einer weiß, wie man die DDR-Werte manipuliert, dann ist es Andreas Staudacher. Hat heute ein sicheres 3 zu 0 eingefahren gegen den Mann, der einst vorm Krieg... Mit einem gewissen Reinhard Staunbrücker, Nürnberger Herr Staunbrücker, der Herrn Adler, sei ihm 40, wurde Jürgen Fietz... Erہer, erぇer, er Entertainer. Erkee. Er �art der man hat, wütend an so beatenen F mieć, wütendan wütendan wütendού.. Ja, da 19. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.